Jo Leute was geht und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um Landscaping oder wie man das nennen soll. Heute versuche ich es mit Acrylfarben eine Landschaft zu zeichnen. Das habe ich schon vorher quasi gemacht auf dem iPad. Aber dann habe ich mir gedacht, überdrehe ich das mal auf eine Leinwand. Ich finde jetzt ist es nicht so gut geworden wie auf dem iPad. Aber überzeugt euch einfach selbst von und ich habe diesmal auch mit Color Grading ein bisschen gearbeitet beim Schnitt. Also überzeugt euch einfach selbst von dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.